Musik Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Ich habe euch gestern ja gesagt, wir schauen uns heute an und zwar den neuen, die neuen Missionspläne Muss man da Geld zahlen sogar? Lohnt es sich? Blablabla Gestern alles im Update Video schon ein bisschen angeschnitten Wer es nicht gesehen hat, unbedingt reingucken, da gibt es viele Informationen Ja, es kommt heute auch in die Dragon Ball Z Kakarot Folge, genauso wie gestern Wir spielen das DLC gerade durch So, also ich habe nun gestern eine Sache nicht gemacht und zwar Abenteuer aufbrechen Habe ich jetzt gemacht, dafür bekomme ich Schlüssel und noch einen Schlüssel Und der zweite ist auch verdammt wichtig Jetzt habe ich alles abgeschlossen, was die Kampagne, die Story betrifft Und bekomme jetzt meine zwei Stößel und kann die Missionspläne freischalten Theoretisch jetzt auch Vegeta Z-Kraft, also Vegeta weitere Sterne nach oben Bringt mir aber nichts, weil mein Vegeta ist schon lange 14 Sterne Das ist also mal komplett für den Arsch, aber was soll ich es machen? Und es lädt noch immer Arsch lang so das neue Update Wird wahrscheinlich noch ein bisschen, was soll ich sagen, Feinheiten brauchen Menüpunkt freigeschaltet Jetzt bin ich gespannt, wollte ich ja mit euch angucken Lohnt sich das, bla 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 Wenn es mal an würde, ey es ist echt furchtbar Seit dem Update, puf, echt ein bisschen langsam geworden, Legends So, wie läuft das jetzt zur Zeit? Hast du dich langsam und Legends gewöhnt? Ich spiele es halt knapp Knapp Ich glaube zwei Tage fehlen oder so 930 Tage Habe ich mich an Legends gewöhnt? Ich würde sagen ja Oder? Ich würde sagen ja nach über 930 Tagen Ich würde dir gerne den nächsten Schritt vorstellen Dann kannst du deinen Spielstil entsprechend Missionen auswählen Toll, oder? Ja, meine Dankbarkeit lässt zu wünschen übrig Okay, erklärt es mir genau Einsamer Wolf, soll ich testen? Was? Ich will es jetzt nicht nehmen, aber ne? Ein paar Missionen des Planes, okay Belohnen scheinen Interessieren, ja, Belohnen wollen wir wissen Genau und jetzt kommt es nämlich, ne? Jetzt kommt es nämlich Missionen abschließt, da hältst du Planpunkte Durch die du die Planstufen erhöhst Ja, ist klar Ja, je nach erreichter Planstufe Hältst du unterschiedliche Belohnungen Nach den zwei Wochen wahrscheinlich Oder direkt, wer weiß Welche wiederum, ja, ja Unterschieden sind, bla 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 Missionspläne ganz schön praktisch Jo, ist okay Ist okay Und jetzt aber abbrechen So Der nächste erkläre ich dir Unterschiede der Missionspläne Jedoch Plan sind schwierig Jetzt gerade unterschiedlich, okay Mh, mh, mh Jetzt, wir wählen jetzt einen Plan aus Was bis zum Ende durchziehen wollen Du kannst den Missionsplan Nämlich nicht Zwischendurch ändern Bedeutet, du kannst es wie gedacht Nur alle 14 Tage neu auswählen Sagst, jo, du beginnst jetzt mit dem Vielleicht spielst du in den nächsten 14 Tagen Dann eher PvP Und so weiter Und so weiter Wir übernehmen Übernehmen uns nicht Überlegt dir gut Welchen Spielstil Also ich würde sagen Event wäre für mich etwas, ne Einloggen Das ist schon mal ziemlich einfach Oh Gott, ihr seht so viele Aufgaben hier, ne Energie verbrauchen Easy peasy Was gibt's noch hier? Läuft 5 Uhr Energie Abends heraufbrechen Mach ich auch die ganze Zeit Auch kein Problem 100 Mal Kampf gewinnen Auch nicht wirklich schwer, ne Mh Super Dimensionsteamkampf Ist ja auch mit dabei, okay Ausrüstung verstärken Und das war's Und im anderen kann man auch Sich das angucken, ne Einloggen wieder Energie verbrauchen Auch hier das gleiche, okay Bonuskämpfe abschließen Mh, auch nicht schwer Kämpfe machen Mh, Abenteuer Ja, ist ziemlich das gleiche Aber das letzte soll jetzt nur für PvP eigentlich sein, ne Einloggen Auch wieder das gleiche Energie verbrauchen Jo Und dann Online-Kampf gewinnen Genau Das letzte ist echt für PvP, ne Online-Kämpfe Online-Kampf spielen Ja Online-Kampf spielen Online-Kampf gewinnen Abenteuer sind hier auch mit dabei Super Dimensionsteamkampf Ausrüstung verstärken Ja, also ihr merkt schon Untere ist eher PvP Mittlere ist eher Event Ich werde mal den mittleren jetzt nehmen Bestätigen Ja So, nehmen wir mal den mittleren Das Event Finde ich für mich am passendsten Das andere ist mir zu leicht Und das andere ist PvP Gar kein Bock Mit Senkai-Units Die da derzeit Nö Okay Mh, mh Der Plan für mich Wenn du denkst, dass der Plan zu schwierig ist Dann versuche ich im nächsten Mal einen anderen Plan Jo Missionsbildschirm überprüfen Okay, hey Das ist echt cool mit dem Tutorial Finde ich ganz gut Und das wollte mir sagen Unbedingt angucken noch Weil es war gestern einfach zu viel Das Update War einfach viel zu groß Deswegen gucken Wir gucken es Wir uns heute in Ruhe an Und ja Der Verbindungsproblem Ich hoffe das löst sich In den nächsten Tagen Wenn vielleicht wieder weniger spielen Falls es kleine Updates noch gibt Habt ihr auch das Problem Hauts mal in die Kommentare Oder geht es bei euch viel schneller Liegt an mir Missionsbelongern Kannst du einen Fortschritt ansehen Okay Hier oben drin Planstufe Blablabla Mh, 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 mh Zwei Missionen abschließen Ja, ja Quatsch mich jetzt nicht voll Kajo Okay, also wir haben hier unten Unsere ganz normalen Eventsachen Und hier oben Die Missionsübersicht Einloggen Habe ich abgeschlossen Nehmen wir an War schwer Bin ich ehrlich War nicht so einfach Oh Gott, das Annehmen dauert auch schon wieder ewig Ne Aber was wir jetzt unbedingt noch wissen wollen Ist auch nämlich Premium Ne Premium Lohnt sich Premium? Muss man zahlen? Was kostet der Scheiß? Wenn ich es mal verbinden würde Würde ich es euch sagen Oh, ist echt zäh, ne? Derzeit Legends spielen Bei meinem Handy Derzeit Internet Was noch immer Ist echt zäh Okay, wir gucken auf die Stufe Also Normal Bekommen wir bei Stufe 1 40 Zeigkristalle Mit Premium Sinds 100 Okay Und was kostet jetzt Premium? Wir gucken rein Also rechts Das bekommt ihr sowieso 4,49 Statt 8,99 Das tut weh Das tut weh Okay Okay Diese 4,50 Euro Gelten nur Für diese Einen Für diesen Einen Missionsplan Für diese 14 Tage Und ab Bremenstufe 8 Kannst du es nicht mehr kaufen Okay, also Die gelten jetzt Für 14 Tage Hm Lohnt sich das? Es gibt nämlich da so eine Übersicht Ich glaube nicht Lohnt sich 4,50 Euro Das kommt ganz auf die Bekommenen Zeitkristalle Darauf an Ähm Wir gucken mal rein Ganz gemütlich Haben wir keinen Stress Hier heute Wo war der Missionsplan Nochmal schnell Äh Ganz oben ne Ganz oben Nein auch nicht Wo ist denn der scheiß Plan? Ja Kommt Ob man es kein Bild gibt So Wir gucken rein Also Ach Gott Verschluckt ihr was Ich bin jetzt hier in der Mitte Eventplan Ähm Free to play Bekomme ich 400 Zeitkristalle Premium 1200 Hm Also 800 Zeitkristalle mehr Als mit dem Standard 4,50 Euro Für 800 Zeitkristalle Ist jetzt nicht so teuer Hm Geht Muss man sagen Geht Hier unten wäre es noch mehr Okay Es geht Aber Jetzt mal ehrlich Hm Ich habe keine Lust 4,50 Euro auszugeben Für 800 Zeitkristalle Da kaufe ich mir lieber Für Ja ich weiß 9 Euro Ist ein bisschen teurer Aber für 9 Euro 1000 Zeitkristalle Muss nichts dafür tun Oder kaufe mir einen Zeit Zeitkristall Abbauroboter Hol mir jeden Tag Meine Belohnungen Und bekomme im Endeffekt Sogar noch mehr Es ist nicht schlecht 4,50 Euro Für 800 Zeitkristalle Auf keinen Fall schlecht Aber Muss das sein War das notwendig Legends Reicht es nicht langsam Mit dem Scheiß Zenkai musst du mit Zeitkristallen machen Wenn du sie nicht Für die Player farmst Musst du sie kaufen Du musst aber auch Die Banner ziehen Um die neuesten Einheiten Zu haben Beziehungsweise Musst du jetzt auch Hier vielleicht Premium holen Da will ich Umgekehrt eure Meinung Leute Was haltet ihr davon Was haltet ihr Von diesen Premium Sachen Sagt ihr Alle zwei Wochen 4,50 Euro Oder wenn man es Einmal macht Ist ok Aber wenn das Zum Beispiel 9 Euro kostet Dann auf keinen Fall Für 9 Euro Auf keinen Fall 4,50 Euro Kann man sagen Vielleicht Ja Nö Ich weiß nicht Ich brauche echt Eure Meinung Ich würde sagen Nein Nicht unterstützen Aber es müsst ihr Für mich entscheiden Es müsst ihr auch Mit entscheiden Was ihr darüber denkt Natürlich So Jetzt aber Da wir alles abgeschlossen Haben Unseren Missionspass Hier bekommen haben Haben wir auch Einen Schlüssel bekommen Diesen Schlüssel Kannst du hier Bei den Missionen Einsetzen Bam Und dann schaltest du Die nächsten Missionen Frei Indem du Insgesamt 3,50 Euro 100 Zeitkristalle Bekommst What the fuck Das ist so Unglaublich viel Und wie Durch Story spielen Leute Durch Story spielen Ihr seht hier Ich habe sehr viel Abgestoßen Ja ich glaube 1000 Zeitkristalle Kriegen wir schon mal Du musst In der Hauptstory Herausforderungen abschließen Zeigst gleich nochmal Was das sein soll Du musst aber auch Mit vielen Charakteren Ich gehe mal ganz nach unten Mit 50 Charakteren Freundschaftslevel 5 werden Das heißt Das machst du am leichtesten Ne Wir nehmen es mal an Und dann zeige ich euch Beides Ich nehme mal an Was ich jetzt habe Müssten 1500 Zeitkristalle Einfach so sein Ja guckt mal rechts oben Auf meine Zeitkristalle Nehme ich aber auf Rehe alleine Ne 12400 Zeitkristalle Lol Ich habe jetzt einfach so Von Dragon Ball Legends Die täglichen 100 Zeitkristalle Geschenkt Die täglichen Und jetzt auch noch Diese 1500 Geschenkt bekommen Wir sind bei 12400 Wir sind sowas von ready Für das Dragon Ball Legends Festival Black Friday Wir sind komplett ready Aber ja Herausforderungen abschließen Und Freundeskämpfe machen Freundesrang erhöhen Also einen Freundesrang Erhöhst du am leichtesten Auf Dauer gesehen Indem du einfach täglich Mit einem Charakter Die ganze Zeit Bis er halt auf Freundesrang 5 ist Das tägliche Goku Event Spielst Ich versuche es gleich zu zeigen Wenn es mal ein bisschen Laden würde Es tut mir echt leid Dass das so langsam ist Ich kann nichts daran ändern Also täglich Das Verstärkungsevent Hier spielen Beide Missionen Im Event Also ganz oben Verstärkung Beide Missionen Mit einem Charakter machen Und das jeden Tag Bis er Freundschaft 5 ist Dann den nächsten Dann den nächsten Das hier ist der chilligste Und einfachste Weg Kein Stress Gar nichts Ganz in Ruhe So Das ist eine Sache Die du machen musst Für die Zeitkristalle Dann musst du noch In der Story Wie gesagt Die ganzen Story Herausforderungen abschließen Was das wieder bedeutet Zeige ich euch auch gleich Natürlich Wenn es mal Laden würde Oh Gott Das Spiel ist so langsam Ich könnte mir einen Kaffee machen Inzwischen Ich könnte mir einfach so Jetzt einen Kaffee machen Und es wird mir doch immer laden Ich kann echt nichts machen Okay So Nerv mich nicht Nerv mich bitte jetzt nicht Geh weg Mir nicht zu toll So Du gehst zum Beispiel rein In den ersten Abschnitt Also in die erste Story Hier ganz unten So Gehst runter Auf die allererste Mission Die es jemals in Legends gab Und da siehst du eine Sache Bei jeder Dieser ganzen Mission Die ihr gesehen habt Ist hier auf der rechten Seite Herausforderungen Und da musst du alle abschließen Alle Beziehungsweise insgesamt 2500 Wenn ich es richtig gelesen habe Also wirklich sehr viel Diese Sachen abschließen Du kannst jetzt aber nun auch Das Level deiner Charaktere anpassen Das heißt Wenn der Gegner jetzt hier Level 1 Und Level 3 ist Kannst du deine Level Grenze Auf das anpassen Auf Level 3 Klasse Novize angepasst Steht sogar dabei hier unten Also du kannst das Ganze jetzt anpassen Und so weiter Und kannst hier durchzocken Bei Level 1 und Level 3 Du wirst kaum eine Level 1 und Level 3 Helden haben Was muss ich aber machen Zum Beispiel zweimal Charakter auswechseln Ist jetzt easy peasy Und dann habe ich wieder eins davon abgeschlossen Dann kann ich wieder in eine Mission reingehen Was ich jetzt nicht tue Weil das dauert viel zu lange Und dir deine restlichen 2000 Beziehungsweise insgesamt 3000 3500 Zeitkristalle abholen Das ist mega mega geil Aber haut mir eure Meinung in die Kommentare Was haltet ihr davon? Mit diesem Premium Scheiß? Ja, nein? Findest du okay für 4,50 Euro 800 mehr Zeitkristalle? Ja, nein? Oder sagst du Boah Ne, danke Ne, danke Oder es kann auch sein Dass diese 1200 Zeitkristalle By the way Noch obendrauf kommen Dann Kann sich sehr lohnen 1200 Zeitkristalle Für 4,50 Euro Kann sich sehr lohnen Wenn das der Fall ist Ich will es jetzt nicht kaufen und austesten Aber haut mir eure Meinung in die Kommentare Schaut euch unbedingt das gestern geupdate Video an Um zu wissen Was jetzt hier alles neu ist Und natürlich schaut gerne rein Bei Dragon Ball Z Äh Kakarot Gestern erste Folge vom neuen DLC Heute zweite Morgen dritte Und so weiter Und so weiter Haut halt rein Abonnieren nicht vergessen Bis zum nächsten Mal Und Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal